Moin Moin, hier ist wieder euer Robin für euch. Es ist Samstag, der 25. November und 20.32 Uhr. Ja, heute war mal wieder ein Ligaspieltag. Wir haben gegen Hontrup gespielt. Ich habe mein Spiel 4-3 gewonnen. Es war ein sehr spannendes Match. 2-0 geführt. Dann 2-2. Dann 3-2. Dann hatte ich ein bisschen Pech. Die 9 ist direkt vorm Loch liegen geblieben. 3-3. Dann kam der Decider. Also das Entscheidungsspiel. Das habe ich dann glücklicherweise 4-3 gewonnen. Worüber ich sehr glücklich bin. Und jetzt bin ich schon wieder zu Hause. Gucke noch ein bisschen Fernsehen. Und ja, wir haben gestern am 24. November endlich unsere 1400 Abonnenten erreicht. Danke nochmal an meine Community. Danke an alle Liker, Subscriber und alle, die meine Videos teilen. Macht es gerne weiterhin. Und ja, schaut auch gerne mal in meine Pläts rein. Schützenfest 2016-2017. Kirmes 2016-2017. Meine ganzen Flughafen-Videos. Und, und, und. Würde mich auch freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Das soll es auch schon für dieses kurze Video gewesen sein. Ciao mit Frau. Euer Robin. Bis bald. Das soll es auch schon gut.